Ich beame es wieder, wir sind da und wir haben eine Lieferung bekommen vom lieben Fang Gema, eine Heuerlieferung, die wir da jetzt verteilen werden an die Stelle. Ich habe da schon ein bisschen was verteilt. Sehr schön. Wir sind da auch eben in die Bäckerei und das ganze unser Geld investieren. Ich muss sagen, das habe ich eigentlich gestern voll gemacht, das ist heute schon wieder leer. Wir haben mittlerweile 20 Kühe, da Fang Gema hat nämlich auch ein bisschen wild gespielt. Ich habe einen neuen Joystick. Ja, momentan tut einer mähen, das wird nur Gras halt. Und das werden wir einsammeln und für Silasino machen. Jetzt ist es voll, aber dann schon langsam. Gut, der rechte Stall, eben da sind 20 Kühe drinnen. Jetzt da im linken ist noch nichts drin, den werden wir mal nur anfühlen, genauso wie die anderen. So. 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 Sollte er das gleich übernehmen, oder? Am besten. Und leider haben wir ja eh genug da. Das funktioniert eben nicht, diese Kacke. Ich muss jetzt mal kurz ausrücken da. Mit 1500 Liter Saatgut da nämlich rein. So. Aber der Silo kommt auf jeden Fall da weg. So ein Klumpet. Gut. 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 Wie viel ist denn da drin? Was ist denn für Funde noch? Was ist denn da drin? 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 Sof. 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 Sohlelea. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 jetzt so. Ob ich hier aufhören. Ja, es wird, es wird, es wird, wir wachsen, wir wachsen, wir wachsen. Wie sagt der Betrieb allein zu stimmen, ist schon nicht schwer, vor allem wenn der andere dann auch noch nebenbei spielt. Mittlerweile sind wir jetzt so, wir können uns aussuchen, was wir machen wollen. Ich muss dann aber jetzt wirklich nochmal kurz in die Tasteneinstellung, denn... ... 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